Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Adventure Map, diesmal wieder mit Nils, Toshni und dem Lenni! Oh, Michi! Oh mein Gott, alle sind's in der Nike, hallo Michi! Hallo! Und äh, die Map heißt irgendwas mit E am Anfang und dann Parkour, ja? So, ich würd sagen, here we go, bitches! Ähm, wir nehmen Easy-Core, Hardcore! Hardcore! Beide einfach! Lass mit Easy anfangen und dann Hardnick! Lass mit Easy hart anfangen, ja! Lenni kommt dann wieder runter! Lenni kommt! Oh, er hat sogar überlebt, ey! Aber Easy ist mir, glaub ich, schon zu schwer! Ja, das glaub ich allerdings auch, ey! Nicht schlagen! Bei mir ist es blau! Wir lesen hier nicht vor, aber... 45 Minuten, okay! 45 Minuten, also bei... 3 Stunden! Kann man den Text irgendwie ausstellen, das geht mir grad dezent auf... Ja, come on, bei den Einstellungen! Warum stürbt man eigentlich so langsam in Kakteen, ey? Oh, ist das nervig! Kakteen sind manchmal halt Kaktussen, ne? Ich brauch Nacht! Ich verbau'n Checkpoint! Der macht doch automatisch Time! Lenni, aufstehen! Und hör' auf, mir auf die Klöten zu rauen! Alter! Ich hab' dir die massiert! Okay! Jetzt warte ich doch mal kurz, Mensch! Ja, wir warten bei eben Checkpoint! Ja! Oh, lol! Boah! Das kann dauern! Kann ich mich hier hochbauen? Das ist doch irgendwo ein Ding! Ach, hier! Genau! Ah, nice! Heels? Okay! Ich schaff' das! Für Chat ist Escape, Options... Resource Pack! Nee, Multiplayer Settings! Und dann Chat einfach... Hidden! Dann ist der Chat nicht da! So! Er ist geschafft! Ah ne, ist hier... Ist hier schon... Nein! Okay! Let's go! Wooh! Alle auf einem Block stehen! Jump! Jump! Was machst du?! Der denkt echt, man kann darauf stehen! Ja, das dachte ich grad wirklich, aber irgendwie... War das nicht so geil! Geil, geil! Aber jetzt kann ich euch ja mal zugucken! Ah, wunderschein, wunderschein! Ich gebe dein langsam und qualvoll tot, ey! Ja, jetzt bin ich gestorben! Hat ein bisschen gedauert! Toll! Sehr gut, Lenny! Und tschüss! So, ich mach einfach Slash Kill, ist einfacher! Nein! Ah, hallo! LOL! Mann! Wollen wir hier nicht mal ein Lavabecken hinmachen oder so? Mach einfach Slash Kill, du Spacko! Ja, ist echt so! Oder so! Was war grad du? Was hat dich erschreckt? LOL! Sag mal so gut im Parcours! Aber wenn ich den Chat ganz ausmache, dann kann man sicher auch nicht mehr, wenn ich Slash Kill eingeben, oder? Doch klar! Dann geht das auch eigentlich schon! Wir sind nur den Chat versteckt! Ja! Ich kann kein Chat! Wenn ich Tee drücke, passiert nichts mehr! Nein! Dann machst du comment only einfach nur rein! Also! Comment only! Alter, wie viel Leiter muss man hier bei dir hochklicken? Okay! Nein! Oh Gott! War mega schlecht! Was ist das hier? Was ist das? Oh Gott! Buh! Alles klar, Buh! 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 Im Chat! Wollen wir auch? Letzter Sprung! So ein Scheiß! Letzter Sprung? Sehr gut! Nein! Achso! Ah Lenny! Lüge! Uhre! Letzter Sprung! Nicht schlagen! Ich hab's geschafft! Wart auf these buttons! Ah, sehr gut! To the bed over there! LOL! Mag ich mir jetzt schon nicht! Äh, wo muss man sagen? LOL! Was ist das denn? Boah! Lenny? Wie schön ist das denn bitte? Ja? Das ist ja so irgendwie... So ein bisschen wie Tobi! Wohl! Yep! Nein! Oh, nicht Spaß! Da sind acht Knöpfe an der Wand! Und du musst dir einen auspuchen, den du drückst und einer teleportiert dich ins Bett und die anderen sind sechs, das ist nicht stärker! Das gibt's doch nicht! Alter! Ist das Spaß! Miau! Oh, man! Das ist schon gut! Ich hab' keinen Bock mehr! LOL! Wie Tobi, ey! Häufig bin ich denn jetzt gespart! Ich bin aus dem Bett rausgeflogen! Direkt wieder in die Kaktusen rein! Kaktusen? Mann, ey! Kaktusen! Mann, Spaß, ey! Jetzt reagier! Der regiert nicht auf Flussgegen! Boom! Ey, komm! Wiederbeleben! Was ist los? Weiß einer schon, welcher Knopf gedrückt werden muss? Ach nee, jetzt müssen wir auch noch rausfinden! Oh Gott! Ja! Einen hab ich schon gedrückt und der war falsch! Welcher war das? Welcher war das? Der zweite rechts oben! Oh Gott! Mitte ist es nicht, also unten Mitte ist es nicht! Mann, nach rechts ist es nicht mal einmal zu schaffen, sondern... Oh! Ist das denn? Oben links ist es auch nicht! Nein! Also... Es geht schon gut los, ey! WTF! Einen of these buttons will TP up to... Nein! Welcher war es nicht? Ähm, unten Mitte? Unten Mitte, oben rechts und oben links ist es nicht! Oh! Also unten links und oben links ist es nicht! Okay, oben mit ist es auch nicht! Ich sollte es vielleicht erstmal schaffen, bevor ich hier... Ey, ich hab's auch bis jetzt erst einmal geschafft, ey! Lol, wer hat da grad die Time gesetzt? Ich bin da auf das Knöpfchen gefallen! Sehr gut! Gefallen, ja! Oh mein Gott, dein Knöpfchen! Oh nee! Oben rechts ist es auch nicht! War es rechts auch nicht? Oben rechts ist es auch nicht! Haben wir das schon gesagt, oder? Oh nein! Nein, unten rechts! Unten rechts! Ne, oben rechts hat man gesagt! Ein bisschen hält! Ja, eben! Oh, Schnells Premium! Das geht gut los hier! Also unten rechts und links bleiben noch! Einfach immer den letzten Sturm nicht! Vielleicht den Bunt aus mir nicht! Aber das bringt dir doch grad nichts! Doch! Ich will das Knöpfchen rausfinden! Und welches? Und welches? Unten links? Ja! Unten links? Ich glaub dem nicht! Ich hab jetzt den Trolls wieder extra auf das andere gedreht! Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich glaub's nicht! Seine Reaktion war, ja ich sass euch nicht! Und dann sagt er was! Und meine logische Schutzvorhöhung daraus ist ja! Ja, dachte ich auch! Der Troll hat das nicht funktioniert, würde ich sagen! Ja! Ja! Das ist der Trollmann schuldet jemand, die weiß das nicht! Alles ist unten rechts! Ohne Spaß jetzt! Er meinte doch grad unten links oder was? Nein, das ist echt unten rechts! Wie? Wo ist es denn jetzt? Alter, ihr verwirrt mich voll! Oder links! Und rechts! Ich glaub ich jetzt! Geben der schon hinten steht oder dem der gerade auf zu blöd war? Ja dem der gerade zu blöd kam! Also was jetzt? Und unten rechts oder unten links? Und dem rechts! Unten rechts! Links! Wirklich jetzt links! Links! Boah! Geil! Also Lenny, ey! Lenny, du Arschloch! Ja, weil er gerade zu blöd war, musste er jetzt seine Reaktion ausüben. Natürlich! Weißt du nicht, ich sag sogar die Wahrheit! So! Die Wahrheit, ja! Mann Lenny, ey! Buh! Okay, alle da! Go, go! Checkpoint! Checkpoint 2! Los Lenny, geh wieder raus, du warst Penn! Lenny! Hat Lenny's geschafft? Boah, Alter! Ich komm mal das letzte Mal! Ich war schneller! Schnelleres Internet dann, Joe! Pinkvorteil! Oh, ja! Pinkvorteil! Oh Gott, Eis! Oh, nee, Alter! Ich hasse... Erstmal verkacken! Nein! Der war... Warte mal... Wo müssen wir lang... Ach, das ist... Das ist aber auch scheiße gesetzt hier, das Bett! Muss man ja immer so sagen! Warum? Oh, nee, Alter! Ey, das gibt's nicht! Eis, ey! Hop, hop! Die Schilder nerven übel! Oh! Oh, nee! Es ist loll jetzt Wasser, was will das Wasser hier? Na? Uh! Aber jetzt... Jetzt sind wir wenigstens hoch genug um zu sterben! Nup! Das mit dem Wasser hab ich nicht ganz verstanden! Ja, das stimmt! Was für Wasser? Ich hab Angst! Oh! Alter! Hi Michi! Hi Michi! Hi Michi! So ein Huren zu mir, dich krieg ich noch die kleinen Huren zu mir. Sein Huren zu mir. Boah! Sein Name war Michi Papst. Nee! Nein! Nein! Todes Schrei! Oh, Mano! War ich so weit? Nils, du guckst mir und dein? Äh, ja, manchmal. Hat das einer mit dem Wasser kapiert? So weit war ich noch nicht. Ja, ich auch noch nicht. Ich versteh's nicht. Du erzählst mir hier irgendwas von Wasser, ja? Die Aufnahmen sind ein Nachteil, ja? Genau! Wir haben den Druck von der Aufnahme, haben wir den Druck. Echt mal? Millionen Zuschauer! Ich nehm ja nicht auf! Toss ich den Nachteil! Ja, hallo? Loll! Nein! Oh, der Ursprung! Oh, Mann! Weg! Ey! Nein! Weg! Das Hustenbobbobbobb. Das Hustenbobbobbobb. Nein! Das Hustenbobbobbobb. Nein! Das Hustenbobbobb. Nein! Oh! Sehr gut das nicht! Ach, das ist doch nicht so schön. Ja, ich wollt grad den Dayshalter setten. Morgen ist Kirmes, ey, ich freu mich voll. Kirmes? Jo! Ich hab ja auch ständig Kirmes bei euch, ohne Spaß, ne? Ja, letztens war in Münster, morgen ist ein Rekkinghaus. Nein! Nein! Rekkinghaus ist ja gar nicht so weit. Das war scheiße. Nein! Ich war letztens übrigens in Duisburg. Michi, du bist einfach aus zu großer Hölle in Höhe gefangen. Ähm, sag dir wir siegen was? Ja. Ich sag dir Olpe was? Ja. Deiner Nähe. Kennst du eins live auch, oder? Natürlich. Sepp ist gerade die Sinne. Ich hab grad verstanden, Sepp ist der Weiß. Boah, du kleine Hure, oder? So was, weil... Nein, das Wasser! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, Schnells, was hast du hier gemacht mit dem Wasser? Noch gar nichts, würd ich sagen. Schnells? 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 Ich glaub der Garage quittet grad. Äh, der steht hier bloß rum, ich glaub der time gleich aus. Irgendwas an seinem Mikro macht er auf jeden Fall. Nils, der Vater war grad im Raum und deswegen... Ähm, du musst da einfach rein und dann... Also... Auf den Stein. Du musst so in die Ecke... Warte, ich zeig dir wie. Ja, zeig mir mal wie. Warte, ich zeig mir wie. Hier in die Ecke. Du bist so alle weiter, außer ich sag's. Ja. Da brauchst du ein bisschen Glück. Boah. Ach so. Und Lenny. Scheiße. Nein! Oh, ich stand drauf! Ein bisschen lustig. Nein! Ja, macht man bei mir auch die ganze Zeit. Nein, ich hab meinen... Nein, ich hab meinen... Michi... Ich bin genau neben dir gestorben. Hast du's geschafft? Boah Lenny verpiss dich. Nein. Ich war jetzt hier wieder... Bin jetzt wieder am Anfang. Wenn ich schon mal zu probieren. Nein! Synchronisch sterben. Oh ja. Back! Nein! Boah. Wieso sollte ich was an meinem Mikro machen? Ja, hat er sich so angehört, das... War mega strange. Hast du grad, wenn du dein Mikrofon irgendwie in die Pube geschoben hast oder so? Ja, hab ich auch. Lol. Nein! Ich stand drauf und bin dir runtergefallen, das gibt's nicht. Weit Wasser? Ja. Ja. Ah, geschafft. Maaan. Nein! Ich hasse diese scheiß Leitern, ey! Ja, man, die Leitern... Nein, Lenny! Wow! Wow! Lol! We did it! We did it! We did it! We did it! Backpack, Rucksack! Rucksack, Backpack! Das müssen ich ihn noch weiter. Backpack, Rucksack, Backpack! Ich hab dich auf Gold! Gold! Alter! Nein! Nein! Boah, was, ey! Nein! Jetzt aber schnell! Nein! Bin rübergerutscht! Ja, Lenny kommt nütz! Nein! Dammt! Nein! Nein! Geroy! Jetzt müssen wir uns mal konzentrieren, das zu schaffen hier! Hallo, Freunde! Geht schon, Lenny, oder? Oh, Mann! Okay, komm, lass mich mehr! Michi, komm, hör auf! Okay! Wirst du nichts! Michi, mich ließen Frieden, okay? Ah, alles klar! Ja! Und auch nicht auf mich gehen! Nee! Michi, verbinden wir uns gegen Thorsteny? Nein! Nein! Okay, Thorsteny ist gerade gegen sich selber verbündet! Ja, ich, ich, genau! Nein! Ich verbinde mich immer gegen mich selber! Boah, die fucken, die fucken mich ab! Generell die scheiß Leisern gerade! Nils, hast du es eigentlich geschafft? Nee, Nils tut so! Ja! Ja, er denkt sich, ja, jetzt erst mal chillen! Nils, die braunen! Ich hab grad den Wasser gehört! Oh, jetzt bin ich nochmal ne Etage runtergefallen! So ging's, ich hab die Leiter noch nie geschafft! Nee! Nein! Ich hab's schon dreimal geschafft, glaub ich! Und auch dreimal am, am Wasser verkackt! Oh, ne! Das gibt's nicht! Ja, fest ist der Tour, an der liegt's! Nein! Meine war auch nicht viel teurer! Nein! Nein! Ich kann nicht mehr respawn drücken! Ich hab mich bei Minecraft kaputt gemacht! Das gibt mir auch nicht vorher! Muss bei einem Reconnection! Ja, mach's immer! Ich hol euch hier ab! Warte auf euch! Nein! Nein! Ich bin tot nicht stinke! Oh Mann! Es ist eigentlich so einfach, diese Challenge oder Spaß, ey! Scheißleitern! Ich weiß nicht, heute bin ich echt inkompetent! Bist du mal kompetent? Nein, das stimmt gar nicht! Du kannst... Du kannst nicht mal springen, Michi! Guck mal, ich stehe so als Gallionsfigur oben! Beobachte euch! Also ich stehe ja noch! Hast du so erlebt? Ja! Oh, wie unfair! Ihr müsstet gerne an die Server-Konsole gucken! Baby-Demon from a high place! Lenny fell from a high place! Baby-Demon, Baby-Demon Lenny! 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 Aber im Moment... Nein! Ich bin wieder in der Tasche! Der, der am meisten runterfällt! Alter, ich schaff die Scheißleitern einfach nicht! Voll easy-peasy-smeasy! Ich weiß! Maul! Easy-peasy-smeasy! Na du, Schnielz, wenn es hier noch ein bisschen länger dauert, kannst ja mal ne Story auspacken! Ja echt, Ma! Ja echt! Und ich hab das Gefühl, dass das hier noch ein bisschen dauert!